Na ja, die CSU versucht sich halt modern zu machen und es ist so immer, wenn die uncoolen Kids versuchen cool zu sein, das klappt immer nur so semi-gut. Wenn es um Digitalisierung geht, ist das verheerende der inhaltliche Ansatz im Koalitionsvertrag und das wird jetzt auch nicht dadurch besser, dass Dorothea Bär Digitalbeauftragte wird. Wer sich dafür interessiert, wie Digitalisierung wirklich von links bearbeitet wird und wie Digitalisierung so bearbeitet werden kann, dass die Früchte des technischen Fortschritts wirklich allen zugute kommen, denen möchte ich nochmal die linke digitale Agenda ans Herz legen und am Mittwoch werde ich die unter anderem mit der linken Digitalbeauftragte, nämlich Anke Domscheit-Berg, im Rahmen eines Zukunftsdialogs bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung nochmal vorstellen und diskutieren und da wollen wir auch mal kontrastieren, wie man diese große Zukunftsaufgabe angehen soll. und die